Hallöchen Leute, willkommen zur 21. Episode meines Let's Plays Doom. Ich bin Dave und ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier im Schmelztiegel. So, dann schauen wir mal, wo uns der Weg jetzt hier erstmal hinführt. Erstmal einen Haufen Munition finden wir hier. Sehr interessant. Aha. Ah, da haben wir schon mal ein Secret gefunden. Monster Saibus Mankubus. Ja, super. Und jetzt geht schon die Party ab. So. Da haben wir's Schutzschild. Ah. Hat der wohl gedacht, ja? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütete, stieß der Hellurker auf den Armseligen, der ungenannt bleibt. Seiner Ketzerei aber an seinem bösen Zettel festhielt. Er gab dem Schicksalsschlechter eine mächtige Rüstung aus den Feuern her. Unmordlich und unübersichtbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran, all jene zu vertreiben, die noch nicht durch seine raumlose Wildheit gebrochen waren. Also ich frage mich wirklich, wer das ist, welcher dieser dämonische Stimme ist. Also der nächste Punkt, den wir eckern werden, wird natürlich in unsere Ausrüstung gelangen, weil der Rest ist ja voll hier. Das geht ja alles nicht mehr. Also, Rüstung, les grüßen. Was geht? Max schon erreicht oder was? Gut, wir kommen da rüber. Das ist die andere Frage. Hallo. Guten Tag. Jupp. Das war's mit euch. So, da drüben. Wann? Okay. Ist es die nächste Arena? Ja, die nächste Arena. Yo. So. So. So, das war's mit dir. Zerfetzt ohne Ende. Tja. Tor aufgemacht. Oh, Kettensäge. Wow. Hallo. Alles klar, jetzt geht die Party ab. Jetzt geht die Party ab. Hallo, einmal knie in your face, bitches. Du Bitch, du hässliche Bitch. Und weißt du, was ich mit dir mache? Ja, ich schneide dich auf. Ja, ich liebe es. Okay, kommen wir mal ein bisschen wieder runter von der Getro. Ich finde es echt geil. Guckt euch die Munition an, die ihr einfach mal fahren lässt, wenn man die auf mit der Kettensäge zerstört. Ich sage mal, eine Option ist es schon cool gemacht mit der Kettensäge, weil es ist ja schon eine ultimative Waffe. Also eine ultimative Nahkampfwaffe. Oh, ist sauber. Wow. So, reift's. So, super. Ich würde dich gerne aber auch zerfetzen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das gerne machen. Das haben wir ja voll jetzt. Energie haben wir auch voll. Da haben wir auch. So, der hat uns jetzt, mal schauen, wo uns jetzt der Weg freigemacht hat. War mich hier? Kommen von hier. Ach, guck mal. Hier geht's ja weiter. Boik. Gut, was geht hier jetzt auf? Sehr schön. Alter. Wow, wie ist der denn bitte zerfetzt gerade? So, gut. Das war's mit dir. Okay, so. Was? Ah, hol mir die Klaus-Farfe raus. Wo ist der? Da ist er. Oh, ein Schuss. Ein Schuss. Das ist ja echt heftig. Also, hier sind sie sehr, sehr knetig, was Energie angeht. Muss ich auch zugeben. Warte. Also, das sehe ich gerade knetig ohne Ende. Heißt, das hätte ich jetzt echt nicht wieder. Oh. Das war's mit dir. Okay, der. Wow. So. Wow, da ist er. Ich habe sie schon gesucht. So, komm. So, warum zerfetze ich dich nicht? So. So, das war's mit dir. Oh, komm. Für die Nachkämpfe jetzt. Unter uns. Yo, ich habe es gehört. Da ist der Dicke. Hallo. Ja, ja, ja. Ich habe kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Wunderbar. Sehr gut. Das läuft doch. Uiuiui. So, nicht da durchgehen, weil ich brauche echt keinen Pass. Ach, das sind jetzt die ganzen Dicke am Start. So. Rocket Launcher. Das ist ja mal auch ein bisschen anders. Oh, super. Jetzt habe ich noch Samoa. Jetzt habe ich noch die Beschwörer hier. Das passt mir echt gerade nicht. Fuck. So, den habe ich zerfetzt. Und jetzt kommt. Sehr gut. Oh je, der wird schüttelt. What the fuck? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ihn. So, wo ist der Dicke? War's das jetzt? Jetzt ist jetzt alles leise gerade. So, der gelbe Schlüssel gehört uns. Alles klar. Was haben wir sonst so hier? Was gibt es hier? Ah. Easter Egg, Leute. Gehen wir mal doch mal hin, hätte ich gesagt. So, da ist es nicht. Da haben wir die Outmap. Jetzt gucken wir mal, wo das ist. So, bereichert die Tonstadt. Kodex wurde natürlich aufgefüllt. Und jetzt müssen wir gucken, wo das Ding ist. Nicht, dass wir jetzt weiterlaufen. Da ist es. Haha. Cool. Coolio, coolio. Doom aus der Haus der Schmelzen. Sieht doch cool aus. Oh, da holen wir uns gerade unser Schutzschild. Ja, sieht das geil aus. Ich finde das cool. Ich finde so zu Easter Eggs geil. So. Gut, jetzt finde ich aber trotzdem noch mal einen Anfangsbereich. Ich will mich noch mal zum Anfang beamen. So, das haben wir schon benutzt hier alles. Da war nichts. Da ist nichts. So, die BFG Muni brauchen wir eh kaum. Okay, und da rüber? Wie sind wir eigentlich hier rübergekommen? Wir sind doch durch ein Portal. Na, wo ist dieses Portal? Wo ist dieser Hebel, dass man da rüberkommt? Oder sind wir einfach da gestartet, oder was? Ich weiß, es ist gerade echt nicht. Obwohl es gerade nur sieben Minuten her ist, wo wir die Episode gestartet haben. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Ich bin echt gerade so richtig planlos. Desbezüglich, so. So, die nächste Attraktion beginnt. Willkommen in der Hölle. Boah, die sind ja echt gerade knetig ohne Ende, was das angeht. Also, ich finde es echt... Ja, doch, jetzt sind wir am Anfang. Jetzt sind wir am Anfang. Ich finde es echt krass, Leute. Wie knetig die hier wegen Munition sind. Das fasziniert mich gerade total. Das ist... Ich finde es auch ein bisschen zu arg. Auf eine Art und Weise. Aber was geht es hier auf? Aha, ist das jetzt ein Grafik-Bug da einfach, dass da der Schädel drin hängt? Oder was liegt da gerade? Hier sieht es jetzt ganz komisch aus. So, kartentechnisch mal begutachten. So haben wir eigentlich alles. Da haben wir das Ding nicht mitgenommen. Ja, das brauche ich auch nicht, ganz ehrlich. So, jetzt gehen wir da rüber. Alles klar. So, dahin müssen wir jetzt. So, die nächste Arena. Da ist wenigstens Vierfach-Schaden. Das begrüße ich auf jeden Fall. Oh, ein paar Dickwarten sind auch am Start. Sehr schön. Komm. Du brauchst einfach viel zu lang zum Angesehen wieder. Oh! Das war echt heftig gerade. Okay, okay, okay. So, oh. Ey, das erinnert mich gerade ans erste Level von 2x2 irgendwie. An diese vier Plattformen. Irgendwie ein bisschen. Nur weil ganz minimal. So, das war der Imp. Ja, die Schone jetzt. So, das war's mit dir. Nächster eben. So, wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. So, Gauss-Waffe. So, einmal Gauss-Waffe. Mal gesehen, was sie anstellen kann. Oh, hallo. Oh, da wollte ich mich gerade futtern. Du hässliches Vieh. Hätte ich dir jetzt noch gefällt. Yo, noch einer da. Auf einmal plötzlich. Ja, auf einmal plötzlich ist das ja eh wenig. Seht so. Ja, diese automatischen Dinger begrüße ich echt sehr. So, warum kriege ich eigentlich nicht hier das da? Das viermal Treffer. Was mir jetzt gerade helfen würde ohnehin. Die sind hier echt gerade, was Energie angeht, ist das ein bisschen zu arg, finde ich. Sogar zu knetig, ganz ehrlich. So war's das. Da ist noch... Die sind echt zu knetig gerade, was Energie angeht. Das darf hier echt nicht wahr sein. Also, das schockiert mich gerade. Also, ich hätte das echt nicht erwartet, dass ihr echt zu knetig seid. Oh. Sogar. Zack. Oh, jetzt. Jetzt brauchen wir dich. Alles klar. Mal los. Oh, komm her. So, gut. Sehr gut. Jetzt, glaube ich, geht noch der Punk ab. Ja, das sieht so aus. Habe ich gerade wirklich jemanden mit einer Kettensäge gehört? Schmeiße ich mich fort, ey. Das ist jetzt noch einer mit einer Kettensäge hier auf dem Herd. Oh, wo? So, komm. Was geht? Warum bist du nicht da? So, das war's. Wo, wo, wo? Da. Super. So. Sehr gut. Ah, da ist Schuttgang-Munition. So, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles soweit geklärt. Gut. Da haben wir den blauen Schlüssel. Halt aktualisiert. Und natürlich geht gleich wieder der Punk hier ab. Das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Aber was geht? Irgendwie fühle ich zu ruhig gerade die ganze Aktion hier. Irgendwie ist es zu ruhig, wirklich. Das ist alles zu ruhig hier. Das gefällt mir selber noch nicht. So, da brauche ich auch nichts. Da kann ich nichts mitnehmen. So, Plasma-Beam. Okay. Rocket Launcher. Stimmt, das sind von den Rocket Launcher. Der Beam. Was ist hiermit? Da haben wir alles voll. Okay. Gut. Die Energie ist mir auch voll. Gut. Dann gehen wir zurück wieder. So. So, packen Sie jetzt ein bisschen. Ach, guck mal. Jetzt ist der Grafik-Bug hier weg, gell? Unfassbar. Machen wir mal raus. Jetzt macht er hier keinen Grafik-Bug. Ganz komisches Kino. Was passiert hier? Jetzt erzähle ich. Was passiert hier? Jo. So. Okay. Hier. Das ist Nahkampfgebiet, also Schrotflinte, Leute. Immer wieder wichtig. Wenn ihr wisst, es ist Nahkampfgebiet, lasst die Schrotflinte wieder am Start. Das ist super. Pimp, hier unter Prey, ist ja auch wieder am Start. Okay. Jetzt Gauss. Wir wissen, bei Gauss frisst es auch richtig ordentlich eine rein. So. So, komm. Oh, wow, wow. Wow. Jetzt bin ich aber in die Falle reingedabbt. Da bin ich auch in die Falle reingedabbt. Da ist der Nächste. Komm. Das war's. Ach, du bist auch im Start. What the fuck? Und so wieder ist die Scheiße passiert. Unfassbar. Dass auf einmal, ja, das Spiel abgestürzt ist. Das gibt's doch echt nicht. So, los. Meine Güte, grad bin ich so abgegangen. Wie schmitzkatz, du Messfee. Komm her. Dass ich dich bumsen tue. Auf. So. In your face. Da. Zack. Bam. Das war's mit dir. Komm. Kein Problem. Oh, komm. Inner dir. Bam. Und nochmal. Komm. Komm. Jetzt. Bam. Das war's mit dir. Meine Güte, ey. Ich kann... Ich fass es echt nicht, dass das... Spiel... Weißt du, das Spiel ist so geil. Und warum müssen die mir so eine Hotz gerade zelebrieren? Ich weiß selber nicht. Auf einmal mitte im Battle das Spiel abstürzt. Das ist doch echt umfassbar. Das stört so das Spielgeschehen. Da ist man... Yo. Unfassbar. Und auf einmal... Auf einmal vortaucht. Bam. Das war's mit deinem Kopf. Hast du wohl gedacht, das war's. Dein Kopf ist auch zerplatzt. Okay. Jetzt kommt der ganz dicker. Ich höre ihn schon. Habe ich mir gedacht, das sind sie beide. Aber ich habe eine andere Idee. Hallo. Boing. Was ist... Da ist noch einer. So, jetzt haben wir's. So. Dann behalten wir mal die Gauss bereit. War's das? Ja, das war's. Oh, jetzt haben wir die so richtig kaputt gemacht. Kaputt, kaputt. So, da geht's weiter. Meine Güte. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn du so genial drauf bist. Gerade so ist Love. Wie bis zum Gehtnichtmehr. Und dann muss das Spiel abstürzen. Ich weiss, ich reg mich gerade unnötig auf. Es läuft doch gerade. Ja, aber trotzdem. Es war so schön, wie es gelaufen ist. Dann krieg ich halt die Krise. My kid. Was soll das? Einmal Aufprallschutz. Ja, hallo. Hier. Doch als der Titan fiel und die Armeen des Schicksals von Furcht übermannt wurden, super, jetzt geht's weiter runter. Die Dämonenpriester der Bluttempel eine Falle für den Schrecken der Hölle aus. Selbst von seinem Sieg über den Großen nicht gesättigt, suchte der Hellwalker in den Gräbern der Blutfeste nach neuen Opfern und geblendet von Eifer zog ihn der Köder an. Sie ließen den Tempel auf den Schicksalsschlechter herabstürzen und begruben ihn in dem verfluchten Sarkophag. Sein Zeichen wurde über der Krypta eingebrannt, als Warnung an die Hölle, dass der Schrecken dort niemals befreit werden darf. Und dort liegt der Schicksalsschlechter noch heute. In stiller Qual. Mhm. Das ist komisch, Leute. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich glaube, irgendwie kommt... Wow. So. Ich glaube, langsam müssen wir zum Finale kommen. Habe ich so das Gefühl. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber ich habe es im Gefühl. So, habe ich sonst hier irgendwas? Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg davor. Krass, dass die Map immer noch so groß ist. Obwohl wir schon so viel hatten. Das war's mit dir. Also, auch wenn ich die Munition jetzt weggeballert habe, scheiß drauf. Ach, die Gauß. Wo finden wir uns jetzt wieder? In die nächste Arena, oder was? Okay, da runter geht's. Dürfen wir nicht runterfallen. So, hey, ein Upgrade. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Was tun wir jetzt upgraden? Viel haben wir noch nicht mehr. Nee, das ist Schwachsinn. Na komm, machen wir das. Ja, ich glaube, wir sollten auch mal... Oh, die haben jetzt eine Doppellauf. Ist ja geil. Eine Doppellauf-Sache. So, verbessert. Munitions verbessert. Und was haben wir hier als dritten Platz? Können wir nix? Munitionsbus ansauger. Ja, das ist schon gut, was wir hier haben. Eigentlich könnte man... Was haben wir hier? Benebelt und verwirrt. Verlängert die Benommenheit von Dämonen. Erhöhte Effektivität von Ausrückungsgegenständen. Bewegung und Umflug bietet dann deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle. Umflug nach einem Doppelsprung. Ja, das glaube ich wäre sinnvoll auch. Bei Dämonen sind dann keine höheren Schadensresistenz bei Benommen. 11 Anflüge bei Glorykills. Ja, machen wir mal das. Dass auch mal wieder ein neues hier reinkommt. Dann machen wir noch das hier rein. So. Gut, stimmt. Jetzt wollte ich eigentlich noch Upgrades. Upgraden, Upgraden, Upgraden. So, das brauchen wir nicht. Kaufen. So, sofort entfernt die Aufladezeit eines Explosivschusses. Was haben wir hier? Das haben wir voll. Das haben wir auch voll. Ja, das dauert hier noch. Gut, das ist auch mit dem Zielfernrohr. Okay, da muss ich das Zielfernrohr machen, dass das auch mal voll wird. So, Uran kaufen. So, was haben wir hier? Das fehlt uns. Kannen wir nicht. Da einmal. So. Was haben wir hier? Da fehlt uns natürlich noch. Und da fehlt uns auch. So, Upgrade. So an Rüstungstechnisch können wir hier eh nicht. So, dann mache ich jetzt die Gausswaffe bereit. Okay, sonst haben wir erstmal hier nichts. So, was ist das? Das ist die Gausswaffe. Er darf den Schmelftegel nicht erreichen. So. Gut. So, der hat echt ein Problem. Bam! Das war es mit dir. Warum greifen die sich gegenseitig an? Was ich das verstehe? Warum greifen die sich gegenseitig an, die Vollidioten? Nur die ihm greifen nicht an. Der Rest greift sich irgendwie gegenseitig an. So, haben wir wieder Schutzschüt. So, was geht hier oben ab? So, sehr gut. Danke. Das ist super. Es geht ja weiter mit dir hier. So, das war es mit deinem Kopf. So, das haben wir mit denen. Also, da kommt die noch. Ah, verdammt. So. So, wow. Wow, wow. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. So, was geht hier oben ab? Okay, Doppelschuss. Der hat funktioniert, aber Ost-Rhein, die funktioniert. So, was geht hier ab? Oh, Energie, 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 Mako, Energie, Mako. So, Energie, 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 ich brauche. Energie, 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 Energie. Ich kann mich nicht bewegen, wenn es amüsiert. Nein, das war nicht schlau, so wie wir das gemacht haben. Das hätte man eigentlich so einfach stehen lassen. Das denke ich, wäre sinnvoller gewesen. Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Weil sie sich ein bisschen ersparen können. Von Aktion her. So. Los geht's. Okay, ich lasse sie einfach mal sich gegenseitig kaputt machen. Ich würde sagen, ich renne einfach mal hoch. Und schauen, was so hier abgeht noch so. Mhm. Weil wenn ich mir überlege, die tun sie sich selber gegenseitig kaputt machen. Guckt euch das an. Irgendwann sie sich gegenseitig kaputt, okay. Sollen sie es doch. Aber ich meine, Ruhe. Ich weiß nicht, ob sie es auch generell schaffen, sich gegenseitig so jetzt zu vernichten. Das ist die andere Frage. So, jetzt, jetzt sind sie mit mir beschäftigt. Ab jetzt. So, jetzt haben sie den Dicke da kaputt gemacht. Und jetzt geht's mit mir los. Hallo. Da bin ich. Hast du wohl gedacht, ja? Einmal eben. Nie wieder. Nie wieder. Ah, fuck. Oh. So, jetzt haben wir es. Sehr gut. So, sehr schön. So. So, jetzt wechseln wir mal die Waffe. Komm. Sehr gut. Ah, sehr gut. Habe ich doch genug geholt. What? Die braucht einfach viel zu lang zum Anvisieren. Das ist mein Problem. So, gut. Ansonsten ist es eigentlich schon eine wunderbare Waffe. Aber sie braucht einfach viel zu lang zum Anvisieren. Oh. So, jetzt hast du. Oh, sehr schön. Sehr gut. Und jetzt. Give my energy. Seid brav. Fuck. So. So. Sehr gut. Und jetzt. Dich fändisch mal. So. Sehr gut. So, Gauss. Bam. Eintreffer und das war's. Meine Güte. Gott sei Dank hat es so funktioniert. Hat noch mehr Probleme gemacht. Oh, was haben wir jetzt hier? Oh, ist selber. Fuck. Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich uns ja fetzen können. Wo geht's? So, gut. So. Und jetzt. Herzlich willkommen in der Hölle. Hoch. Jo. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Komm. 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 Du brauchst einfach viel zu lang. Echt. Aber viel zu lang zu nachladen. Das ist echt krass. Aber wenn du halt reinzimmerst, dann ist es halt ordnungsgemäß. Sehr gut. Super. Fuck. Noch hinter mir. Kommt auch hinter. Zu. Oh. Das ist jetzt unfair. Kacke. Ja, ja, ja. Energie. Oh, da. Komm. Auf jetzt. So, meine Güte. Und da ist noch einer. Komm jetzt. Oh, meine Güte. War's das jetzt? Haben wir's geschafft? Haben wir's tatsächlich jetzt geschafft? Ohne Probleme. Ai, 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 ai. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. So, Leute. Ich spende hier mit dem Part. Wir sehen uns morgen wieder bei Doom. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.